Wir müssen noch einmal über den Dynamikumfang der Canon Airs R5 Mark II reden. Dazu gibt es eine neue Rekord-Speicherkarte von Sundisk und Skylum offenbart schon jetzt, welche Erneuerungen im Herbst-Update von Luminar Neo kommen. Willkommen bei Fotografix News. Ihr seid genau richtig, wenn ihr euch für Kameras, Objektive und Co. interessiert, denn mein Name ist William Lux und ich fasse euch in den nächsten 5 Minuten oder 10 Minuten, mal schauen wie lang es wird, die wichtigsten News aus der Kamerawelt zusammen. Diese Folge sieht ein wenig anders aus, wenn ich mich umschaue, bin ich nämlich gerade unterwegs zum Marathon-Training und probiere daher mal eine erste Unterwegsfolge von Fotografix News aus. Da ihr letzte Woche gefragt habt, ich laufe den Berlin-Marathon am 29. September. Falls ihr irgendwo seid, könnt ihr gerne winken. Das ist nicht wirklich ein bergiger Lauf, aber ich dachte mir, mit so ein paar Höhenmetern ein bisschen Bergtraining machen und dann wieder auf dem flachen Laufen. Das kann nicht schaden, was ebenfalls nicht schaden kann. Das ist die neue Sofortrabatt-Aktion von Canon für RF-Objektive bei unserem Sponsor Fotokoch. Fotokoch, das ist euer und unser Partner für Fotografie und Videografie. Und die haben diese Woche eine Aktion ganz neu gestartet und bei der könnt ihr eben nach dem Kauf von einem RF-Objektiv von Canon 300 Euro, beziehungsweise bis zu 300 Euro, zurückholen. Die anderen Canon-Aktionen laufen übrigens auch weiterhin noch und so lassen sie sich kombinieren. Theoretisch könnt ihr also von einem Dreifach-Rabatt profitieren. Clever! Ich würde gerne noch einen kleinen Moment bei Canon bleiben und noch einmal auf die Meldung von letzter Woche eingehen. Denn laut den ersten Sender-Tests letzte Woche soll die R5 Mark II ja mit Abstrichen beim Dynamikumfang kommen. Da Canon aber auch auf einen Stacked-Sensor gewechselt ist, hatte ich diese Ergebnisse letzte Woche schon absichtlich nicht als großen Aufhänger genutzt und als relativ erwartbar eingeschätzt. Die Seite Photons to Photos hat nun ihre Messwerte für Sensortests der R5 Mark II veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht wie letzte Woche um Beispielbilder, wie beim Image-Comparison-Tool von DPReview, sondern um technische Messwerte für den Dynamikumfang und das wird dann jeweils pro ISO-Einstellung gemessen. Schauen wir uns diese Ergebnisse an, dann ist es nach wie vor korrekt, dass die R5 Mark II sich insgesamt leicht hinter der alten R5 einordnet. Die Unterschiede in den Messwerten sind aber dermaßen gering, dass sich das in der Praxis wahrscheinlich kaum bemerkbar machen sollte. Auf YouTube eingeblendet seht ihr jetzt einmal die Messwerte beider Kameras mit und ohne mechanischem Verschluss. Was Photons to Photos ebenfalls vergleicht, sind die Ergebnisse der R5 Mark II und die Sensortests der Nikon Z8. Diese gilt ja als eine der größten Konkurrenten der neuen Canon und kommt vor allem ganz, ganz ohne mechanischem Verschluss. Hier sehen wir im Vergleich, dass die R5 Mark II mit mechanischer Auslösung einen leichten Vorteil im Dynamikumfang hat. Allerdings muss man ergänzend dazu erwähnen, dass die R5 Mark II eine nicht abschaltbare Rauschreduzierung hat, was sie natürlich auch auf die Ergebnisse auswirkt. Nutzen wir den elektronischen Verschluss der R5 Mark II und vergleichen die Ergebnisse, dann sind die Kameras nahezu gleich auf. Insgesamt werfen diese Ergebnisse jetzt also ein deutlich positiveres Licht auf den Dynamikumfang der R5 Mark II. Das sind irgendwie natürlich positive Nachrichten, vor allem für diejenigen, die sich die Kamera kaufen wollen. Meiner Meinung nach hätte man das aber auch eigentlich letzte Woche schon tun können, denn die Unterschiede sind, und das waren sie auch schon letzte Woche, echt gering. Und ich zweifle sehr stark an, dass man in der Praxis unzufrieden ist mit dem Dynamikumfang der R5 Mark II. Wie steht ihr zu solchen Vergleichen und zu solchen Tests? Bestimmen Sie eure Kaufentscheidungen dann am Ende oder findet ihr es eher bekloppt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns noch einmal bei Zahlen und Werten bleiben, die am Ende wohl niemand so wirklich braucht. Auch Western Digital hat nämlich die ersten MicroSD und SD-Karten mit 4 und 8 Terabyte Speicherplatz vorgestellt. Wie teuer die neuen Karten sein werden und welche Geschwindigkeiten sie bieten, das ist aktuell noch unklar. Western Digital spricht aber bislang von einer URS1-Kompatibilität, was dann eher auf langsame Schreib- und Lesegeschwindigkeiten hindeutet. Dadurch und aufgrund der hohen Preise wird sich ein Kauf selbst für professionelle Videounternehmen wohl eher weniger lohnen. Denn speicherplatzintensive Videoaufnahmen mit RAW-Dateien oder hohen Framerate bei Kameras benötigen meist sehr, sehr schnelle Karten. Hier nehmen viele Profikameras inzwischen sogar auch direkt auf SSD-Speicherplatten auf. Für fotografische Zwecke ist mehr Speicherplatz erst einmal natürlich praktisch. Allerdings legt man hier ja auch sowieso regelmäßig Sicherheitskopien an, wenn man nicht vollkommen wahnsinnig ist. Und dann kann man seine SD-Karte ja auch gleich mal formatieren und ein bisschen Speicherplatz schaffen. Western Digital zeigt aber natürlich, was technisch aktuell schon möglich ist. Und wer weiß, wie sich der Bedarf an Speicherkarten mit hohen Kapazitäten in Zukunft noch entwickelt. Wir bleiben also dran. Bei News Nummer 3 schauen wir einmal rüber zu Sony und Canon. Denn es gibt Gerüchte zu zwei neuen Objektiven und diese wurden jetzt sogar auf ersten Bildern gesichtet. Eins davon eben für Sony und das andere für Canon. Bei Sony soll es am 28. August die zweite Version des 85mm f1.4 aus der G-Master Serie geben. Das geleakte Bild habe ich euch jetzt auch mal eingeblendet. Sieht ein bisschen strange aus, aber Neuerungen lassen sich darauf eben auch leider noch nicht erkennen. Ich hatte mir das erste 85mm f1.4 G-Master mal für das Fotografieren einer Hochzeit ausgeliehen. Optisch hat es mich dabei voll und ganz überzeugt. Allerdings war es dann auch wirklich ziemlich groß und mit einem Gewicht von 820g auch echt schwer. Vielleicht konnte Sony die Bildqualität ja noch ein bisschen verbessern, aber das Objektiv dann auch ein wenig auf Diät setzen. Das wäre echt nett. Bei der zweiten Objektivneuheit handelt es sich um ein 70-200mm f2.8 aus Canons L-Serie. Genauer gesagt aus der Ende 2023 eingeführten Zusatzserie, wie der Hersteller Z-Serie nennt. Und da werden Objektive umfasst, die sich besonders gut für den Hybrid-Einsatz, also für Foto- und Video, eignen. Das neue Objektiv heißt dann insgesamt 70-200mm f2.8 L-IS-USM-Z und das soll einen innenliegenden Zoom haben, was für Videos sehr praktisch ist, wenn man das zum Beispiel auf dem Gimbal benutzt. Mehr Infos habe ich aber auch hier leider noch nicht. Softwarehersteller nutzen gerne den Herbst, um größere Funktionsupdates auf den Markt zu bringen. Und der Hersteller Skylum verrät jetzt schon, welche Neuerungen die beliebte Software Lumina Neo Mitte Oktober bekommen soll. Kurz zusammengefasst gibt es sechs Neuerungen. Mit Farbübertragung lassen sich Farben zukünftig von einem Referenzbild auf ein weiteres neues Foto übertragen. Eine KI passt dann sogar automatisch die Farben ähnlicher Objekten an, von ähnlichen Objekten an. Und so soll man etwa die Stile berühmter Fotografen nachbilden können. Die intelligente Suche kopiert dann ein wenig das, was wir von unseren Smartphones bei Apple und Google, beide haben solche Funktionen, schon kennen. Wir geben etwa Auto in die Suche ein und sehen automatisch KI-gestützt, natürlich, Buzzwords müssen sein, alle Autos im Katalog. Farbmaskierung bringen dann auch endlich eine Möglichkeit aus ähnlichen Farbwerten eine Maske zum Bearbeiten zu erstellen. Die Leistung des Programms soll besonders bei generativen Werkzeugen besser werden. Es gibt zukünftig einen neuen Filmstreifen in der Registrierkarte Bearbeiten. Und Skylum will die Navigation im Katalog verbessern, etwa durch Filteroptionen nach Kameramodell, Brennweite und weiteren Parametern. Nutzt ihr Luminar Neo im Abo, erhaltet ihr natürlich alle Änderungen ohne Einschränkungen. Falls nicht, bekommen alle Nutzer zumindest die besseren Katalog, Navigation und den neuen Filmstreifen ganz umsonst. Habt ihr die Software zudem nach dem 1. Juli gekauft, also in diesem Jahr 2024, bekommt ihr den Upgrade-Pass 2024 und 2025 automatisch und ohne Aufpreis dazu. Habt ihr die Software vorher gekauft, könnt ihr euch den Upgrade-Pass aber natürlich auch separat dazukaufen. Falls das spannend ist, gibt es aktuell einige Rabatte bei Skylum, darunter auch ein Sonderangebot für den Upgrade-Pass. Mehr Infos gibt es über die News in den Shownotes, merkt euch aber schon einmal jetzt aktuell, bevor ihr kauft, den Gutscheincode FOTOGRAFIX, groß geschrieben und zusammengeschrieben natürlich. Dabei bekommt ihr 10% zusätzlichen Rabatt. Die Expert Imaging & Sound Association, kurz EISA, hat mal wieder das beste Foto-Equipment des Jahres gekürt. Das machen sie jedes Jahr. Kamera des Jahres ist in diesem Jahr die Sony A9 III. Die beste Vollformat-Kamera, die Nikon ZF. Als beste fortgeschrittene Vollformat-Kamera wurde die Nikon Z6 III ausgezeichnet. Die A6700 von Sony, die G9 II von Panasonic und die X106 von Fuji, wie hätte es auch anders sein können, wurden jeweils zur besten APS-C, besten Micro Four Thirds-Kamera und zur besten Kompakt-Kamera gekürt. Schauen wir uns die Liste einmal an, dann fällt uns eine Sache auf. Canon ist in keinem Punkt vertreten, obwohl der Hersteller ja mit der EOS R1 und der EOS R5 Mark II neulich wirklich spannende Kameras vorgestellt hat. Ein Blick ins Regelwerk der Awards verrät uns aber, dass die jeweiligen Modelle vor dem 20. Mai 2024 von mindestens fünf Mitgliedszeitschriften getestet hätten müssten. Irgendwie so. Es ist sehr warm hier, wie ihr vielleicht merkt. Da Canons neue Kameras erst am 17. Juli vorgestellt wurden, fielen sie also somit raus. Wer mehr über die EESA-Awards erfahren will und auch die ausgezeichneten Objektive kennenlernen will, der findet wieder alle Infos in den Shownotes. Und damit findet ihr die 70. und bisher heißeste Folge von Fotografx News ihr verdientes Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, trinkt ausreichend, wenn es bei euch auch so brüllend heiß ist. Und ich würde sagen, auf Wiederhören. Ich wünsche euch, trinkt ausreichend, wenn es bei euch auch so brüllend heiß ist.